Herzlich Willkommen zum Resilienzkalender, dein tägliches Timeout für wenige Minuten gesunde Selbstversorger. Heute mit Tipp Nummer 6. Es geht darum, dass du nicht immer alles allein schaffen musst. Selbst wenn du in einer sehr verantwortungsvollen Position bist, zum Beispiel im Gesundheitswesen, bei Rettungskräften im Einsatz bist oder an ähnlicher Position, musst du nicht Superman oder Superwoman sein. Du musst nicht alles alleine schaffen. Mach dir klar, welchen Wert, welche Bedeutung deine Kollegen, dein Team für dich haben und wie du das nutzen kannst, um weiter Kraft zu haben. Also, wer gehört zu deinem Netzwerk, beruflich und privat? Wer kann dich eventuell nach der Arbeit entlasten? Wer kann dich bei der Arbeit entlasten? Gibt es Leute, an die du bestimmte Dinge delegieren kannst, die dir etwas abnehmen können? Oder musst du wirklich alles alleine machen? Und wenn du viel alleine machen musst, dann hol dir bitte, bitte bei dem wenigen Privatleben, was vielleicht übrig ist, Unterstützung in deinem privaten Umfeld. Vielleicht hast du auch Lust, dir eine Liste zu machen von lieben Freunden, Verwandten, Angehörigen, die dir gut tun, die dir Kraft geben, die positiv sind und die dich unterstützen. Mach nicht alles allein, vertrau auf dein Netzwerk und lass dich auch unterstützen, wenn du normalerweise andere unterstützt. Viel Erfolg mit diesem Tipp!